In diesem Buch ist so viel Herz, ich hoffe auch Hirn. Für dieses Buch sind wir anderthalb Jahre durch Europa gefahren und haben 20 ganz besondere Buchliebhaber besucht. Für mich ist ein schönes Buch, ein gutes Buch etwas, was ich gerne anfasse. Ein schönes Objekt, fast wie eine Vase oder wie etwas, was ich mir kaufe, mit dem ich mich sehr gerne umgebe. Mit einer schönen Typografie, mit einem gut riechenden, glänzenden oder besonders matten oder gut geschnittenen Papier, mit guten Fotos und die Geschichte muss natürlich gut sein. Vielen Dank.